Super-Sumo-Slammers Hyper-Revolution Ben, guck doch mal! Die Schorschonen-Wasserfälle, man nennt sie die Niagara-Fälle des Westens. Sie sind einfach wunderschön. Ben, was sagst du? Ja, oh ja, total. Leg doch endlich mal das Handy weg. Ja, ja, klar. Nur noch eine Runde. Hör mal zu, wenn du weiter nur auf dein Handy starrst, verpasst du diese ganze schöne Natur um dich herum. Das Einzige, was ich verpasse, ist die Chance, die Nummer 1 in Super-Sumo-Slammers zu werden. Schaffst du es wenigstens, ein Foto von uns zu machen? Na, wenn's sein muss. Der Regenbogen muss auch mit raus sein. Fertig. Genießt ihr euren Ausflug? Team Smith! Was für ein Zufall, dass es euch ausgerechnet hierher verschlagen hat. Aber es ist zu spät. Mein Plan ist voll im Gange. Ich hab einen besseren Plan. Du wirst hier und jetzt erledigt. Äh, Momentchen. Eine Nachricht von Kevin? Rate mal, wer die Nummer 1 ist. Was? Wie hat er den Highscore geknackt? Ich war doch Erster. Äh, könnt ihr kurz mal warten? Ist das dein Ernst? Du ignorierst mich einfach. Spielt ihr schon die ganze Zeit? Er hängt nur noch an dem Ding rum. Die Jugend. Keine Sorge, Steam Smith. Ich werde dir gleich den Hintern versohlen. Nur... Oh, ein Update? Na, dann kann ich mir ein bisschen die Zeit vertreiben. Welches Alien nehme ich heute? Was? Krake, zu viele Arme. Äh, Gigantosaurus? Zu gigantisch. Schaffst du's noch in diesem Jahrhundert? Alles klar, nehmen wir dich, Inferno. Perfekt. Stell dich auf ne heiße Brise ein. Kein Problem. Ich kann auch einfach woanders hinfliegen. Opa Max, Gwen, geht in Deckung. Ja! Das werde ich dir heimzahlen. Holt ihn euch mal nämlich an Iden. Zerspettet diesen Hansfust. Na los, mach schon. Du alberner Aufschneider, ich verschwende lediglich meine Zeit mit dir. Während wir hier spielen, saugen meine Hydromaschinen schon das Wasser aus den Wasserfällen. Ist nur noch eine Frage. Muss das sein? Hängst du schon wieder an diesem blöden Ding? Ich werde dir beweisen, dass ich kein zweitklassiger Schurke bin. Schnappt euch die Touristen! Aufpassen! Ah, bleib hier. Ich kümmere mich um die. Vielen Dank. Wie viele Handlanger hat er denn? Haia! Lass mich los! Ihr könnt mich nicht aufhalten! Jungchen, du raffst es einfach nicht! Meine Armee ist endlos! Du kannst mich nicht besiegen! Sogar mit einer Hand auf dem Rücken könnte ich es mit deiner ganzen Armee auch... Ah, verflixt! Was war das? Ja! Das kann doch nicht wahr sein! Du, dieses klägliche kleine Technik-Ding! Ich muss dir wohl mal Respekt beibringen! Moment, bin gleich bei dir. Jetzt reicht es, du elender Narr! Erlebe ich diesen Bengel! Warte! Wieso? Ich wollte nur sagen, dass deine Manieren zu wünschen übrig lassen! Unverschämte Döhre! Sei doch mal ehrlich, findest du nicht, dass es anständiger wäre, wenn du dein Problem persönlich klären würdest? Sie hat voll recht. Vielleicht hast du ja auch nur Angst, weil du gegen Ben nichts ausrichten kannst. Na schön, kein Problem, machen wir es eben ein bisschen kultivierter. Super! Ben hinter seinem Plan steckt eindeutig noch mehr. Hast du was mitbekommen? Hä? Hast du was gesagt? Steck jetzt endlich dein doofes Handy weg! Ich glaube, er hat irgendwas über Hydromaschinen erzählt. Hydromaschinen? Alles klar, lenk du ihn ab! Opa Max und ich werden diese Dinger finden und zerstören. Verstanden? Na klar, verstanden! Bist du sicher? Ja, ja, zisch schon ab! Du musst ihn ablenken! Hey, ich bin hier drüben, du Dümmling! Wir machen ein Wettrennen bis zum Gipfel des Wasserfalls. Von da werden wir uns in einem Fass hinunterstürzen. Uuuuh! Du wagst es, so was Historisches zu beleidigen? Tja! Ich werde dich ein, zwei Dinge zum Thema Sportsgeist lehren! Sorry, dafür habe ich keine Zeit. Ja, sehr gut! Tja! 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 Hast du gedacht, es wird so leicht? Du bist mir direkt in die Falle gelaufen! Mechanik! Angriff! Neon wirst persönlich! Mäh! Tja! Tja! Tja!